Entschuldigen Sie, dass ich Sie von Ihrer wichtigen Arbeit abhalte. Mein Führer, bewahren Sie Ihre Glauben an den Etsy. Führen Sie uns und wir werden Ihnen folgen. Kommen Sie. Das war ein Befehl! Der Angriff! Das war ein Befehl! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen! Sie ist ohne Ehre! Das war ein Befehl! Das war ein Befehl! Das war ein Befehl! Das war ein Befehl! In dieser Zeit der großen Sacrifice... ...we shall prevail! Get your head down and keep moving! Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier Sparate sind mein Befehl zu widersetzen! Oh mein, ich bin das einfach geklaut! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen! Niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Ich setz Feiglinge! Verreichter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Meine Befehl sind wie ein Wind gesprochen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020